Party, Ibiza, weißt du? Klingt gut. Und ich hatte jetzt die Idee, das Ganze mit einem Game zu promoten, dass die Leute sich aus dem Netz runterladen können. So was total weggeknallt. Das verstehst du? Ja. Fällt mir eine Menge zu ein. Habe ich mir gedacht. Tobias meinte, du wärst die absolut Richtige dafür. Tobias? Dein Chef, Herr Parsen. Ach, also ich weiß nicht, was ihr für ein Verhältnis habt. Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht in irgendwas reingetreten. Nee, überhaupt nicht. Wo erkennt ihr euch denn? Wir haben uns erst letztes Wochenende kennengelernt auf so einem Mediakongress in Hamburg. Und ja, wir hatten viel Spaß zusammen. Da gibt's jetzt aber keinen Interessenkonflikt, oder? Nee, gar nicht. Ich trenne immer berufliches und Privatleben. Na, dann kann ich's dir ja sagen. Also dein Chef, der ist ein ziemlich heißer Feger. Echt? Naja, ich will's mal so sagen. Also von diesem Mediakongress haben wir beide nicht viel mitbekommen. Ups. Du musst mich entschuldigen. Ich bin gleich wieder da, ja? Ja, klar. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder.